Ist nicht die Sonne an dem Ganzen schuld? Ja, die Sonne ist ein Klimafaktor auf der Erde. Und wenn wir uns die letzten 150 Jahre ansehen, stellen wir fest, sowohl die Sonnenaktivität als auch die globale Jahresmitteltemperatur gingen nach oben. Aber die gleichen Messungen zeigen, dass die Sonnenaktivität seit ca. 1960 zurückgeht und die globale Jahresmitteltemperatur deutlich steigt. Das belegt, es gibt keinen ursächlichen Zusammenhang zwischen Sonnenaktivität und der Erderwärmung. Wenn es einen Zusammenhang gäbe, müsste mit sinkender Sonnenaktivität auch die globale Jahresmitteltemperatur niedriger werden. Das tut sie aber nicht.